Dieser CDU-Politiker fordert jetzt erneut das sofortige Verbot der Alternative für Deutschland. Ob das realistisch ist, ob das kommen kann und was würde sein, wenn die AfD nicht verboten würde nach einem solchen Verfahren? Würde sie triumphieren? Wir sprechen heute in diesem Video darüber. Moin zusammen, mein Name ist Olli. Wenn du neu bist, gerne jetzt auf den Abonnieren-Button klicken, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen das hier. Die Bild betitelte es mit einem brisanten Vorstoß. CDU-Politiker fordert komplettes AfD-Verbot. Sollen wir jetzt an der Stelle hier gähnen? Denn Marco Wanderwitz, ehemaliger Ostbeauftragter. Ich frage gerne an der Stelle nochmal, wozu braucht man einen Ostbeauftragten? Warum wird hier immer noch zwischen einer Differenzierung des gesamten deutschen Volkes zwischen Ost und West daran festgehalten? Finde ich persönlich unnötig. Könnt ihr eure Meinung mal gerne zu unten in die Kommentare reinschreiben. Er ist aktuell noch hier Sachsen-CDU-Bundestagsabgeordneter. Und ich habe mir seinen Lebenslauf auch mal zu Gemüte gezogen. Er ist sage und schreibe 2002. Seit 2002 im Bundestag. Seit 20 Jahren. Ja, was sollen wir dazu großartig noch sagen? 20 Jahre im Bundestag ist weit weg von unserer Realität. Meiner persönlichen Meinung nach passt einfach nicht zusammen. Aber der Mann ist ja öfter schon mit solchen Forderungen und dubiosen Meinungen in Erscheinung getreten. Auch gerade bei der C-Zeit über die letzten Jahre. Aber interessant aus dem Jahr 2021, aus dem Mai, ist dieser Artikel. Ich hatte, meine ich, seinerzeit auch ein Video darüber gemacht. Manche Ostdeutsche auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen. Ja, und da könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr, wenn ihr aus Ostdeutschland seid, denn jetzt immer noch nicht in der Demokratie angekommen seid. Vielleicht seid ihr ja noch mit dem Trabi unterwegs. Weißt du, Leute, was will man dazu großartig sagen? Zu solch frechen Aussagen. Wisst ihr, das ist der Ostbeauftragte zu dieser Zeit gewesen. Wie kann man sich denn da so abfällig darüber äußern? Ich würde interpretieren, der Ostbeauftragte hat den Sinn, dass der eine gute Kommunikation zwischen Ost und West, wenn man denn diese Teilung dann hat, darstellt, dass man dann hingeht und vermittelt, dass man sagt, ja, Moment mal, Leute, die Gehälter sind immer noch nicht gleich. Die Renten, die müssen auch ebenfalls angeglichen werden. Die sind teilweise im Westen noch höher als im Osten. Das ist nicht fair. Warum gibt es jetzt hier eine höhere Erhöhung der Rente beispielsweise als bei uns im Osten? Mensch, da muss ich mich für einsetzen. Dafür spreche ich mit der damaligen Bundeskanzlerin und dann jetzt mit dem Bundeskanzler und so weiter und so fort. Aber nein, der hat seinen Auftrag wohl etwas anders verstanden, als ich das getan hätte. Und weiterhin, also hier aus dem Januar 2022, rechtsextremistisch an Haupt und Gliedern. Wanderwitz will AfD-Verbot. Man kann quasi die Uhr nachstellen, alle paar Monate kommt der Herr wohl aus der Ecke gekrochen und fordert seine feuchten Träume. Würden böse Zungen an dieser Stelle sagen, sowas sage ich natürlich gar nicht. Nein, keine Frage. Und das Ganze geht natürlich noch weiter. Ich habe noch ein paar Sachen rausgesucht. Ex-Ostbeauftragter hier im Mai diesen Jahres der Bundesregierung. Wanderwitz kritisiert Umgang der eigenen Partei mit AfD. Und wenn du jetzt denkst, okay, jetzt sind die einfach zu intolerant der AfD gegenüber gewesen in der CDU, speziell in Sachsen. Und die müssen sich gemeinsam an den Tisch setzen, demokratisch mit einer demokratisch gewählten Partei diskutieren und Lösungen finden, damit die Bürger wirklich die größtmöglichen Vorteile dadurch haben, weil sich Abertausende Bürger ja für diese Partei ausgesprochen haben. Der liegt ein bisschen falsch. Er sieht das Ganze anders. Denn die Parteiführung in Sachsen tut nichts dagegen. Darunter leidet unsere Glaubwürdigkeit. Und hier geht es noch weiter. Passt auf. Nach Aussage von Wanderwitz gibt es etliche Parteifreunde, die eine Zusammenarbeit mit der AfD herbeisehnten oder mindestens eine Tolerierung. Ja, und das kann ja wirklich nicht sein. Das kann ja so nicht weitergehen. Da muss man natürlich das Verbot fordern, wenn sich hier so ein paar Quirulanten querstellen und wirklich tatsächlich mit der AfD gemeinsam was machen wollen. Da bin ich ganz bei ihm. Und dann heißt es hier auch noch, mit der AfD kann es allein schon deshalb keine irgendwie geartete Zusammenarbeit geben. Jetzt kommt's. Haltet euch fest. Da könnt ihr gerne mal was zu reinschreiben in die Kommentare. Weil diese Partei in Wahrheit das Land kaputt machen will, sagt er zum Spiegel. Sie sei unpatriotisch, weil sie erst mal alles zerstören will, um dann die Macht zu übernehmen. Woher nimmt er diese Infos? Hat er da irgendwie vom Verfassungsschutz genauere Informationen oder auch sonst was zugespielt bekommen? Das ist mir ehrlich gesagt neu, dass die Partei das Land zerstören will oder alles sogar hier zerstören möchte und das Land kaputt machen will. Also sorry, aber in welcher Welt lebt dieser Mann? Woher möchtet er das wissen? Was sind das für Äußerungen? Da könnt ihr jetzt gerne mal unten reinschreiben, ob das realistisch ist, was da erzählt wird. Sorry, aber das kann ich wirklich nicht vervollnehmen. Und dann auch noch in der Frankfurter Rundschau heißt es im Juni, also letzten Monat gerade mal, höchste Zeit. Wanderwitz fordert AfD-Verbord, trotz hoher Hürden. Ja klar, und das ist natürlich mit hohen Hürden verbunden, solch ein Verfahren. Aber ganz ehrlich, vielleicht sollte man das jetzt mal machen. Vielleicht sollte man jetzt wirklich mal versuchen, ein Parteiverbotsverfahren für die Alternative für Deutschland durchzuführen. Dass hier quasi ein Demokratie-Check, wie beim ersten Landrat in Sonneberg gemacht wurde, durchgeführt wird. Und wenn dann dabei rauskommt, nee, die ist nicht verbotswürdig oder wie man das dann juristisch genau bezeichnet. Was meinst du, wie man dann lachen könnte über alle die, die das gefordert haben? Weil dann hätten wir dieses Thema endgültig einmal ad acta gelegt. Zurückzukommen auf seine aktuellste Forderung. Ihr habt ja mitbekommen, es waren zahlreiche Forderungen jetzt. Und dann heißt es nämlich hier in einem Brief, der der Bild wiederum vorliegt, nicht deshalb, sondern wegen ihrer Rechtsradikalität und der Größe dieser Gefahr. Insbesondere in den neuen Bundesländern setze ich mich seit längerem für ein Verbotsverfahren ein. Und seine Analyse, nicht wenige Wähler der AfD wählen sie gerade deshalb, weil sie eine rechtsradikale Partei ist, deren rechtsradikale Programmatik sie teilen. Diese Leute wollen ein anderes Land. Also Leute, was hier für Aussagen getroffen werden, wisst ihr, gerade so mit Radikalität, so Wörter, so inflationär zu verwenden, das ist wirklich ganz, ganz gefährlich, wie ich persönlich finde. Und hier heißt es nämlich auch noch, es handele sich in der Programmatik und bei den handelnden Personen, Vorständen, Europa, Bundes- und Landtagsabgeordneten eindeutig um eine rechtsradikale und rechtsradikale Partei und Personen, sagt er hier. Die AfD legt ununterbrochen die Axt an die Fundamente unserer Demokratie, agiert aggressiv und kämpferisch gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung. Wisst ihr, das sind wieder so tausende, zahlreiche solche Aussagen mit keinem einzigen Beleg, keinem einzigen Beispiel für irgendetwas dieser Aussagen. Und das kann ich dann nicht wirklich für voll nehmen. Das ist absolut lächerlich, was hier wieder vom Stapel gelassen wird. Dass das strategisch doch nicht schlau ist, dass man das jetzt aktuell macht, während die Partei die besten Umfragewerte, beispielsweise in Sachsen, die sie jemals hatte, macht. Das ist doch nur logisch, dass das die Leute unzufriedener macht. Also das ist der beste Wahlhelfer für diese Partei, oder? Sehe ich das falsch? Denn AfD 32,5 Prozent bei einer Wahlumfrage aus dem letzten Monat erreicht. Und CDU gerade mal bei 30 Prozent. Denen geht die Düse, wie man so schön sagt, der Stift geht denen. Insofern, dass sie natürlich Angst haben, zahlreiche Mandate zu verlieren bei den nächsten Landtagswahlen, die ja voraussichtlich 2024 stattfinden werden. Und wie soll denn die Koalition dann nächstes Jahr aussehen? Wird man hier auf 50,8 Prozent wirklich nochmal kommen? Wird das funktionieren? Wird das ausreichen, dann wieder zu bilden? Oder wird die CDU tatsächlich den Dammbruch nach links vollziehen, um mit der Partei Die Linke zu koalieren? Was ja auch schon geäußert wurde drüben im Osten. Jetzt klinge ich schon genauso drüben im Osten, verzeiht es mir an dieser Stelle. Es wurde auf jeden Fall dort ja schon geäußert, dass man das machen könnte, um die Brandmauer gegen rechts aufrecht zu halten. Das sind offensichtlich die wichtigen Themen, die uns hier beschäftigen. Nicht aber die steigenden Heizkosten, die steigenden Energiepreise generell, dass die Wohnsituation in Deutschland schlecht ist, etc. Wir haben so viele Probleme, aber nein, hier konzentriert man sich auf eine Partei. In diesem Sinne, schreibt eure Meinung rein, abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Bis zum nächsten und ciao.